Und weiter geht's. Paris liegt gerade so ein bisschen hinter uns, die nette Friedhofszene, die ja doch den Kurt relativ verzweifelt und ungewiss zurücklässt. Der Major Barrett, den haben wir gesehen, der eigentlich gar nicht so hart ist. Schauen wir mal, was kommt. Sechs verschiedene Enden soll es hergeben. Und nicht alle schön. Wunderbar. Die Hoffnung ist noch da. Ja, was sagen wir denn jetzt unserer lieben Tochter? Verzweiflung? Nein, Hoffnung. Hoffnung ist gut, oder? Ich mache gute Fortschritte bei der Suche nach deinem Bruder. Es dauert bestimmt nicht mehr lang, bis ich ihn gefunden habe. Was ist denn da mit Hilfe? Ich hatte heute Hilfe bei der Suche nach deinem Bruder. Auch wenn ich ihn noch nicht finden konnte, ist es schön, dass es auch nette Menschen in diesem Krieg gibt. Nee, das kann ja irgendwie alles heißen. Verzweiflung. Ich gucke es mir mal kurz an, aber ich fürchte, heute bin ich sehr traurig. Der Krieg nimmt die Menschen wirklich furchtbar mit. Sie machen dann Dinge, die sie sonst niemals machen würden. Was meint er damit? Ich meine, habe ich was gesehen, was darauf zutrifft? Ich glaube erstmal nicht. Ich bleibe bei Hoffnung. Ich hoffe ja schließlich auch auf ein gutes Ende bei dieser Geschichte. Ob ich das bei diesen, wie gesagt, sechs möglichen Enden erreiche, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Wahrheit, Lüge, Stolz. Stolz darf ich wieder nicht. Gucken, was lügt er sich denn zusammen? Ich habe jemanden getroffen, der erst gestern mit deinem Bruder gesprochen hat. Ich konnte ihn leider nicht mehr erwischen, aber ich habe ihn bestimmt bald eingeholt. Das Mädchen ist ja immerhin krank. Was ist, wenn ich jetzt misst... Gucken wir mal. Ich dachte, ich hätte das Grab deines Bruders gefunden. Einen Moment lang war ich überzeugt, er wäre tot, aber ich habe mich geirrt. Ich bin sicher, dass Max noch liegt, wo auch immer er ist. Naja, das nehme ich jetzt mal. Nach Hause, Max und Bergen. Gucken. Vergiss nie, wenn du etwas Wertvolles verlierst, musst du alles tun, um es wiederzufinden. Die Katze ist immer noch bei mir und eines Tages wirst du sie kennenlernen. Das verspreche ich dir. Das war eigentlich erstmal nett. Das haben wir bei Max. Ich verspreche, ich werde deinen Bruder finden. Dafür ist mir kein Weg zu weit und nicht zu schwer. Die Katze ist immer noch bei mir. Eines Tages wirst du mir, okay, das ist das Gleiche. Was ist mit nach Hause? Da sagt er, er kommt nach Hause. Ich werde alles tun, damit ich möglichst schnell wieder zu Hause bin. Ich vermisse dich also sehr. Ja. Ich glaube, das ist gut für ein krankes Kind. Die Katze ist immer mit mir. Du wirst sie einen Tag treffen. Ich verspreche. Das ist meine Confession, Katrin. Ich weiß, es war falsch, aber ich werde alles tun, um unser Kind zu finden. Ich muss. Ich verspreche für Luzi's Gesundheit und ich werde zurück, so schnell wie ich kann. Meine Gedanken haben sich schon sehr, 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 sehr. Die anderen fühlen mich jetzt anders. Vielleicht wissen sie, was ich getan hat. Ich schäte, was wird mir von mir sein, wenn ich hier zu lange bleiben. Ich weiß nicht, wo Max ist. Und ich schäte aus dem Platz, um zu schauen. Barrett war nie immer das gleiche nach dem Tag. Ich verspreche, mit ihm zu sprechen. Ich verspreche, ihn zu erinnern, für mich Paris zeigen. Aber er würde mir nicht schäten. Ich verspreche, mich zu erinnern, um die nächsten Wochenende zu erinnern. Und ich verspreche, Fotos. Sie haben mehr und mehr von meinen Bildern in die Bibel zurückgebracht. Fully krediert. Ich fühle mich wie eine Star. Hier, Lati. Komm hier! okay jetzt bin ich wohl die katze in einer eher surrealen welt von der farbgebung mal gucken jetzt aber bitte nicht als ergebnis dass die tochter dann stirbt und am ende habe ich dann gar nichts mit dem kurd keine tochter keinen sohn hoffentlich nicht die andeutung eines geistes der tochter und dann das ganze auf dem friedhof ist das der sohn every night i have the same dream katrin it is so vivid the cat finds our son's body in a field of flowers i see it whenever i sleep last night the dream was different i saw a dead tree amongst the flowers the same tree exists out on no man's land here the sun kurz gucken muss ich jetzt den baum finden warum habe ich von dem abgestorbenen baum niemals land geträumt ich muss mich da umsehen 15 monate bist zufrieden ganz kurz gucken ob bei den notizen er eigentlich ich mache mir sorgen um meine tochter ich kann meinen sohn nicht finden der schlaf bringt mir keinen trost niemand ist da meinen mut zu machen ich fühle mich einsam als hier zuvor halleluja der arme mann ich nehme an die anderen meiden ihn weil sie mitbekommen haben dass er die leiche ausgegraben hat kann ich hier da scheint der baum zu sein kaputter panzer noch davor das heißt so ein bisschen links halten und dann durch die gräben irgendwie dahin finden scheint ja ja kriegen wir schon hin gucken wir mal muss ich da hochklettern mal sehen ja muss ich ich duck mich mal wer weiß ob man hier schießen kann auf mich was ist das okay anscheinend gucke ich mir dann die leichen mit der marke an falscher weg hier hakt es wieder ein bisschen ich bin mir jetzt gar nicht so sicher ob ich da geduckt laufen muss da vorne liegt auch noch einer der vollständigkeit halber gucke ich mir das einfach mal an die der die die das ich das 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 Alles Franzosen. Ich muss aber viel, viel mehr nach links. Die sparsame Musik passt eigentlich auch ganz gut dazu, so ein bisschen die Geräusche vom Wind. Wie komm ich darüber? Aber es gab auch deutsche Soldaten, Katrin. Es ist nicht einfach, diese Böden von Menschen, die damals lebten. Aber ich musste weitergehen, musste persistieren. Die Tricks werden meinen Freunden gefallen. So, was muss ich denn jetzt eigentlich machen hier? Also muss ich wohl mit jedem ein wenig schabernackt treiben. Tja, der Barrett ist bestimmt sauer, dass man seine Schwäche dort mitbekommen hat. Und jedes Mal, wenn er den Harry anguckt, dann sieht er im Grunde genommen die Wahrheit. Nein? Da, da hätte man das Pigeon von dir war, könnte mir ein bisschen bisschen Rationen Der Chef hat mich nicht gewonnen. Das ist der von neben mir. Oh! Die Schöne! 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 Das ist nicht deinem Gehirn! Der, das ist nicht deinem Gehirn! Ration. Nehmt jetzt aber nicht den Mann an der Munition, oder? Ah, was passiert dann wieder? Letztes Mal mussten wir ja den Major so zum Aufstehen bewegen. Es gab ein Sammlerstück. Da vorne ist aber eins. Damit haben wir das dann vollständig. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Haben wir ja lange nicht gemacht. Sammlerstück Kanone. Da ist er. Mal sehen. Die Anzahl der für den ersten Weltkrieg geschmiedeten Feldgeschütze ist fast unglaublich. Mehr als 3000 Stück verschießen allein in der Schlacht von 4,5 Millionen Granaten. Man stelle sich nur einmal die Größe und das Gewicht eines Rohres vor, das eine 280 Kilogramm schwere Granate kilometerweit auf ihr Ziel verschießen kann. Einige Modelle wurden für ihre Effizienz und Präzision weltberühmt. Mindestens drei Soldaten sind erforderlich, um ein Feldgeschütz zu bedienen. Also so gibt uns das Spiel dann noch nebenbei ein paar Informationen. Was haben wir denn hier bei dem Klatschmohnen? Das Symbol der Mohnblume kommt wahrscheinlich aus der Region Flandern. Nach den furchtbaren Schlachten, die dort 1914, 1915 und 1917 tobten, düngten im Niemandsland zurückgelassenen Gefangenen den Boden und im nächsten Sommer sahen die Soldaten mit Verwunderung kleine Mohnbeete, wo die Toten gelegen hatten. Dieses eindringliche Bild von wunderschönen Blumen, die auf menschlichen Körpern wachsen, findet sich in Schilderung vieler Zeitzeugen. Die Mohnblume ist heute das Symbol des Gedenkens an die Opfer des Krieges und viele Menschen tragen am 11. November eine dieser Blumen, um die Soldaten zu ehren. Also ich weiß nur, dass Mohnblumen da wachsen, wo wenig Nährstoffe in den Feldern sind. Okay, machen wir weiter. Nee, nicht nochmal spielen. Das kann man anscheinend wiederholen. Mal hier. Hoffentlich passiert nichts. Gute Idee, ich könnte eigentlich Fotos machen. C'est calme, aber paisible. C'est étrange de se dire que beaucoup de gens sont morts ici. T'as combattu ici, non ? Comment c'était ? Pour être honnête, j'ai du mal à croire que j'ai survécu. Hoi. J'ai... J'ai perdu mon frère dans la somme. Wui. Wui, t'as aggressively ello it terms. T'as entendu ça ? Y'a quelqu'un ?! Ich habe einen Bewegung. Ich glaube, es geht nicht rüber. Dann sehe ich niemanden. Gut, vielleicht kann man sich... Ich könnte jetzt auch mal probieren, um die Katze zu schlüpfen. Und vielleicht kann die ja die Franzosen irgendwie ablenken. Komm her, kleines Kätzchen. Na dann. Ja. Ja. Ich glaube nicht. Ich habe das zu erzählen. Ja. 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 So, ich hoffe mal, dass das mit der Katze richtig war. Und die die jetzt ein bisschen ablenkt. Aber wie soll ich denn bitte schon bis an den Baum kommen? Na, hier haben wir auch die ganzen Mohnblumen immer. Ja. 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 Jetzt bin ich doch beim... Ja. Bitte seid nett zu mir. Oder zu dem Kurt. Ja. Ja. . Das muss man erst mal sacken lassen. Du hast ein Buch von Julia Taylor. Sieht es gut? Das ist alles gut, ich hoffe. Lieber Harry, es ist einfach nicht das gleiche hier ohne dich. Ich habe niemanden zu sprechen. Und wenn ich ihn nicht besser wusste, würde ich sagen, dass sogar Vater dich erinnert. Vielen Dank für Ihre Fotografie, Harry. Es ist wunderbar, zu sehen so viele verschiedene Menschen, alle zusammenarbeiten, um das größte gut. Es warnt mein Herz. Sie sagen zurück nach Hause, dass die Krieg bald wird. Du bist nach Hause, bevor du es kennst. Ich liebe deine Bilder. Bitte sende eine, wenn du eine Chance hast. Sincerely yours, Julia. Ja, dann würde ich da vorschlagen, dass wir ihr gleich nochmal Bilder schicken. Ich tendiere da jetzt irgendwie zu den Pariser Fotos, weil hier jetzt habe ich ja noch keine gemacht, da wo ich mit der Taube so ein bisschen meine Späße treibe. Aber das würde ich jetzt einfach mal verschieben. Es sind schon wieder irgendwie gute 22 Minuten rum. Damit das alles nicht irgendwie zu lang wird, verschieben wir das einfach auf das nächste Mal. Und dann gucken wir mal, welche Bilder die gute Julia bekommt. Also bis dann in dem Sinne. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.